Gerne möchte ich dich auf eine Reise mitnehmen. In meiner neuen Facebook-Gruppe Ganzheitliche Selbstheilung für Körper, Seele und Geist für die Frau der neuen Zeit teile ich mit dir all mein Wissen für deine Gesundheit bis auf Zellebene. Klarheit im Geist und höchster Seelenschwingung verbunden mit dir selbst in deiner Essenz und deinem universellen Auftrag. Klingt das gut für dich? Dann freue ich mich darauf, dich in der Gruppe begrüssen zu dürfen. Klicke dafür einfach hier unten direkt auf die Anfrage für meine Facebook-Gruppe. In meiner Gruppe kannst du nicht nur deine brennenden Fragen stellen, sondern erfährst vieles mehr zu deinen Gesundheitsthemen, wie zum Beispiel, was braucht meine Zellen wirklich, um optimal zu funktionieren und wie stärke ich mein Immunsystem effizient, um gegen alle möglichen Eindringlinge und Viren gewappnet zu sein. Ebenso trainieren wir deinen klaren Geist, damit du dich in jeder Situation für dich richtig zu entscheiden lernst und unabhängig wirst von äusseren Faktoren. Mit geführten Meditationen zeige ich dir, wie du dich mit deiner Seele verbinden kannst, um im Lichtkanal angebunden zu bleiben im Vertrauen, geführt zu sein auf deinem einzigartigen Weg. Wissen macht sicher und frei. Klingt das gut für dich? Dann klicke auf den unten stehenden Link und beantworte die Eintrittsfragen, damit ich dich sogleich aufnehmen kann. Ich freue mich auf dich, du wundervolle Frau. Von Herzen, deine Denise.